Flugzeugen. Um 10.000 Mann werden die Streitkräfte verringert und auch das gehört dazu, jede zehnte Mark an Verteidigungsausgaben wird künftig anderen Zwecken dienen. Einseitige Schritte, wie gesagt, und unabhängig von Verhandlungen. Deutliche Signale an die NATO, ihrerseits Überlegenheiten abzubauen. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Die Motorengeräusche werden lauter. Diese mittleren Panzer aus der berühmten T-Reihe sowjetischer Konstruktion, das sind T-72. Panzer aus dem Truppenteil Julian Marchnevsky. Die Motorengeräusche werden lauter. 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 Das war's. Das war's. Die Kampftechnik zur Abwehr von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen zeigt unsere Einheit. Den Panzerjägern folgen nun Atellaristen. 122 Millimeter beträgt das Kaliber ihrer schwimmfähigen Haubitzen. Die Kampftechnik zur Abwehr von Panzerjägern. Die Kampftechnik zur Abwehr von Panzerjägern. Die Kampftechnik zur Abwehr von Panzerjägern. Das ist eine Abteilung von 152 Millimeter Haubitzen aus dem Regiment Rudolf Güppner. Formationen der Truppenluftabwehr erweisen nun dem Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates ihren Gruß. Das ist eine Abwehr von Panzerjägern. Einheiten, die verschiedene Fliegerabwehrraketen mit hoher Treffsicherheit mit sich führen. Das ist eine Abwehr von Panzerjägern. Spezialisiert auf die Bekämpfung von Puls Missiles, aber auch von Flugzeugen und Hubschraubern in geringen Höhen ist dieser FLA-Raketenkomplex. Musik 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 Musik